Kritik, die berechtigt ist nach sechs Niederlagen, damit muss man leben in diesem Beruf, ist trotzdem etwas, was mich nicht ganz kalt lässt. Natürlich sind, glaube ich, Sorgen da. Das merkt man oder das fühlt man ja auch. Das ist vollkommen normal, auch wenn ich sage, dass es jedem bewusst sein musste, dass diese Saison eine sehr, sehr schwierige ist sportlich. Aber natürlich merkt man das und das ist ja auch ein gutes Zeichen, weil nach wie vor ist Werder Bremen unglaublich groß und ist in dieser Stadt so tief verwurzelt, dass es fast viel schlimmer wäre, wenn sich keiner Sorgen machen würde. Sondern klar, wollen alle hier in Bremen, dass wir nächstes Jahr erste Liga spielen. Intern ist es so, dass ich nochmal, kann ich leider nur gebetsmühlenartig wiederholen, dass es keinen großen Stimmungsumschwung bei uns in der Hinsicht gibt, dass wir sagen, oh, jetzt wird es auf einmal nochmal knapp. Wir haben uns nie als gerettet empfunden, wir haben nie das Gefühl gehabt, wir sind durch. Deshalb war ich immer wachsam und ich war zum Beispiel nach dem Heimspiel gegen Wolfsburg genauso enttäuscht wie jetzt nach dem Heimspiel gegen Mainz. Das ist ganz normal und es wäre auch falsch, wenn ich das nicht wäre. Aber wir sind weiterhin sehr kämpferisch und wir glauben an uns, an das, was wir können und glauben daran, dass wir die Punkte holen werden. Das ist die Stimmung intern. Für Werder Bremen zu arbeiten, das ist für mich nicht nur ein Job. Ich glaube, das weiß auch jeder. Und dementsprechend ist dann Kritik, die berechtigt ist, nach sechs Niederlagen, damit muss man leben in diesem Beruf, ist trotzdem etwas, was mich nicht ganz kalt lässt. Das ist so, aber ich versuche mich da eigentlich relativ von zu befreien. Ich weiß, wie ich mit der Markenschaft arbeite. Ich weiß um die Möglichkeiten, die wir haben und bin einfach jetzt nur auf eins fokussiert, nämlich, dass wir die Klasse halten und alles andere, persönliche Interessen, persönliche Dinge spielen da keine Rolle. Es geht nur darum, dass wir die Klasse halten und das gilt für die Spieler und das gilt auch für mich. Ich zweifle nicht daran, dass wir das schaffen. Das ist kein Zweifel. Ich zweifle an mir selber. Ich hinterfrage mich natürlich. Jeden Tag versuche ich das. Das ist in diesem Job, der doch relativ schnelllebig ist, nicht immer ganz einfach, sich immer zu reflektieren. Aber ich versuche es. Und nochmal, ich glaube, auch wenn das in Bremen keiner so gerne hört, aber wir sind nicht ganz weit weg von dem, was auch realistisch ist. Und realistisch ist, mit dieser Mannschaft in der Liga zu bleiben. Und das werden wir schaffen. Und das in Zusammenhang zu bringen oder das dafür jeden Tag zu arbeiten, daran habe ich keine Zweifel. Natürlich tut das sehr gut, weil Frank natürlich auch derjenige ist, der am engsten neben Clemens wahrscheinlich aus der Führungsetage bewerten kann, wie wir arbeiten, weil er täglich bei uns ist und sieht, wie wir arbeiten, wie der Umgang mit der Mannschaft ist, wie die Mannschaft auf uns reagiert. Und das ist immer ein guter Gradmesser, weil am Ende geht es um Werder Bremen. Und wenn da das Gefühl da wäre, dass irgendwas nicht stimmt, dann wäre ich froh, wenn man mir das sagen würde. Und deshalb tut es sehr gut, wenn das nicht so ist und dementsprechend einem das Vertrauen ausgesprochen wird. Und was ich tun kann, ist kämpfen. Und das tue ich jetzt schon sehr, sehr lange und habe auch nicht vor, damit aufzuhören. Und das tue ich jetzt schon sehr, sehr gerne.